Was ist das für ein Verkäufer? Ich habe BNI entdeckt auf den Falklandinseln, was vor 80 Jahren darunter gesegelt ist und der brauchte eine Crew. Dann bin ich zu meinem Chef, sage ich, Chef, was machen wir da? Ich brauche ein halbes Jahr frei. Ich sage, dann lass uns mal das Arbeitsverhältnis beenden und hol das Schiff und dann kannst du das machen. Und als ich wieder da war, brauchte ich einen neuen Job und dann habe ich BNI entdeckt. Und das Besondere da ist, dass seitdem ich BNI mache, jeder Tag meines Lebens, wie in so einem Wikipedia, mein Kopf ständig was dazu lernt und ich bin mir sicher, das geht die nächsten 20 Jahre so weiter. So, und jetzt kommt aber das Besondere bei BNI. Ich habe dort nicht nur viel Wissen aneignen dürfen, viele tolle Menschen kennengelernt. Eines meiner Mitglieder hat mir einen Kontakt zu einer ganz tollen Frau gemacht und die ist vor einem Jahr meine Partnerin geworden. Und damit bin ich nicht nur im Beruf weitergekommen, sondern auch privat total glücklich. Und dafür bin ich BNI extrem dankbar.